Vorstellung. Boah, ich hab so Hunger, Alter. Äh, meinst du das Recht überhaupt? Hm, ja klar, Junge, das Recht für 5 Familien, Alter. Ihr guckt, das guckt schon raus. Boah, ich hab so Hunger. Alter, meinst du das Recht überhaupt? Ja klar, Junge, das Recht für 5 Familien. Ja, 5 Familien.